Auf die Auswahl des richtigen Rührertyps kommt es schließlich an. Welcher zum Einsatz kommt, hängt vom Material ab. Farben, Lacke oder Kleister, kurzum bei allem was flüssig ist, heißen Ihre Modelle KRK, FM oder LX. Bei geschmeidigem Material wie Spachtelmassen, Dünnbettmörteln und Klebern kommt zum Einsatz der KR. Zum Beispiel für Fußbodenmasse und der DLX für Dünnbettmörtel. Fliesenkleber, Putze, Mörtel, Estrich oder Beton. Wenn's schwer wird, ist das ein Fall für den Rührer WK, der Allrounder. Oder den Rührer MK, der robuste Profirührer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017